auch so ein fluss ist mega ja y f f sag ich mal da kann man doch hier was draus machen oder aus den segeln hier raus vielleicht nee das reicht nicht ok verändern wir mal die gegebenheiten wenn können dass man hier mit den mästen masten was machen kann hier auch jetzt hier neben offen da hoch nein ich kann es aber hier von die erreichen st Ich vermute, von dir aus kann man das F sehen. Oder eins der Fs. Oder eins der Fs. Guck mal, das sieht doch jetzt noch geiler aus in dem Mondlicht. Sag ich mal. Beautiful. Ah, guck mal. Und, und, und. Das kriegen wir doch hin. Ah. Das war das Erste. Okay. Okay. Geil. Sorry, wenn ich ständig auf die Grafik eingehe, aber das ist einfach geil. So. Ja. Bei uns die Brücke wieder da vorne. So. Die da. Kann ich hier direkt hoch? Jo. Jo. So. Ah. Mal gucken, wie wir den Dreizack da hinkriegen. hinkriegen. Ich schütze mal hier lang. Ja. 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 Warte. Oh. Könnte das hier? Naja. Vielleicht doch hier. Ja. Da wird es weniger. Im Prinzip brauchen wir einen Halbkreis und einen Stock. Wie kriegen wir das? Wie kriegen wir das? Wie kriegen wir das? Gebacken. Ein Halbkreis und einen Stock. Theoretisch. Oh. Im Himmel? Äh. Ja, die Vibration im Controller ist eine kleine Hilfe. Achte. Oh Gott. Das hätte ich nie gefunden. So. Gehen wir mal hier gucken. Ja, den Namen brauche ich auf jeden Fall. Guck mal das Wasser. Da. Was? Follow the light. Follow the light. Oh, guck mal hier. Da ist was offen. Wo geht es denn da hin? Wo geht es denn da hin? Ah ja. Da ist schon mal ein Strich. Oben allerdings auch. Ah, ne Rune. Werde ich jetzt glatt kommen vorbeigelaufen. Hm. 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 Ich glaube ich muss da hoch. Ich glaube ich muss da hoch. Ich glaube ich muss da hoch. Geht nicht. Geht nicht von hier. Okay. Gut. Dann. war das wirklich nur für die Rune. Sprich wir können wieder zurück. zurück. Und diese Brücke hier wieder herstellen. Da komm ich nicht dran. Oh, das geht noch hier. Ja. Ja. Ich muss sich erstmal da rüber. Und dann aktivieren wir das Ding. Ich höre Dinge. Hm. Wusste ich es doch. Ja. 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 Haha. jetzt aber auf zum riesen bin ja schon auf dem weg nicht darunter und es geht näher kann ich gar nicht unter und mich darunter fallen lassen aber das geidner will it, will it, will it achso ja, okay, gleich ah, da ist ja, okay ich habe ja so viel Alerts eingerichtet gestern auch noch, gestern Abend die muss ich noch einbinden in OBS auch wegen Kanalpunkte einlösen und was es da dazu gibt und hier kannst du runter, oder? ja, nee ja ja oh oh hmm in einer Höhle das bestimmt die Höhle, wo der Riese haust was Wasserhalt hmm Be alert, be careful natürlich bin ich careful cool oh oh hey look they're here focus 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 look 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 ah jetzt erfahren wir wieder die Geschichte von dem Riesen und dann können wir den vernichten vernichten wow unter Wasser wenn die schmerzen kam der Mann stod schulter zu schulter mit seinen Freunden sie helfen sich durch die starvation und die Angst und es gab eine kleine hohe die nie die die ich hätte es jetzt geil gefunden wenn die Haare also anstatt nur unten der Büschel sich mit der Wasserphysik verhält der ganze Zopf so abgeht und auch alles andere irgendwie so ein bisschen tut es das hier aber ist eigentlich mehr so zeitlupen mäßig anstatt Wasser so richtiges Wasser und und vor allem j inglés der die bierg wer am war ему m m gut 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 Aber es sieht verdammt hübsch aus. Ich muss es einfach nochmal erwähnen. Das sieht quasi realistischer aus, wie die Szene, wo Samwise Gamgee bei Herr der Ringe im ewigen Moor ins Wasser fällt. Da war er noch nicht mal nass. Also das war ja übel. Und dieser Weichzeichnungsfilter hat auch gefehlt. Oder war nicht stark genug, sagen wir es auch. Wohin? Hallo? Licht führe mich. Und seine Leiter wurde verabschiedet. Und sterben, bei der Hand. Die Leiter wurde verabschiedet. Die Leiter wurde verabschiedet. So. Jetzt verraten wir seinen Namen. Dem Braurich. Deswegen bringt er das Meer und den Regen mit. Okay. Okay. Boom. Und der See ihn hat, und seine Blut zu Bride, und ihn zurückgebracht hat, ein Gigant. Und jetzt wandert er das gleiche Land, und schützt diejenigen, die er noch einmal genannt hat. Okay. Das Wasser. Steine. Ja, hier ist ziemlich viel kaputt. Oh, da ist er. Da ist er, der Riese. Du Lohmeyer, komm raus. So, aber jetzt bin ich wieder was versteckt. Nee. Gibt's ja gar nicht. Leiser. Doch. Ain't no sunshine when she is going. Du musst erstmal gucken. Da muss irgendwo eine Hume versteckt sein. Ich kann mich fühlen, die Gefühle der Menschen zu fühlen. Was? Hm. zu nicht in dem das alles zu einer wollte ich gar nicht gucken wo habe ich das gott spiel alter klingeling Leer hat kein Wert. Ich merke richtig, wie mein ganzer Körper anfängt zu tropfen. Das wird ja richtig eklig nachher. Er schützt diesen Ort. Sie verdienen mehr diese Leute als ich. Sie verdienen nicht zu leben. Sie können sie helfen. Sie können. Sie wissen, was zu tun. Sie können es 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 tun. Sie brauchen dich. Oh, offen. Ah, da ist sie. Okay. 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 Bye.